In diesem Video geht es um den Agenturtyp der Promotion Agentur, auch als Verkaufsförderungsagentur bezeichnet. Charakterisieren möchte ich diesen Agenturtyp als Akteur, der zeitlich begrenzte Aktivitäten der Absatzförderung durchführt. Bitte beachten Sie, dass es weder bei den dargestellten Tätigkeitsfeldern noch bei den aufgeführten Serviceleistungen einen einheitlichen oder gar festgesetzten Standard gibt. Die individuelle Leistung einer bestimmten Promotion Agentur kann also von dem hier gezeichneten Bild abweichen. Die Kernkompetenz der Promotion Agentur liegt in der verkaufsfördernden Produktpräsentation. Sie erfolgt durch den Einsatz von POS-Displays, der Einbeziehung des Internets und dem Einsatz von Promotoren beispielsweise im stationären Handel. Wenn die persönliche Beratung für den Verkaufsprozess von Bedeutung ist, die Handelsstufe diese aber nicht durch eigene Mitarbeiter leisten kann, bieten Promotion Agenturen hier die Entsendung von geschulten Fachberatern für den Einsatz am Point of Sale. Die Durchführung von Verkostungen ist ein weiteres Aktionsfeld von Promotion Agenturen. Sachkundige Mitarbeiter treten offensiv in Kontakt mit definierten Zielpersonen und bieten ihnen Geschmackserlebnisse. Das sogenannte Sampling sorgt dafür, dass Produktgruppen offensiv an definierte Konsumententypen verteilt werden. Sampling-Maßnahmen finden oft als Guerilla-Promotion statt, bei denen der Einsatzort und die Ansprache für eine besondere Aufmerksamkeit sorgt. Bei der Roadshow bespielt die Promotion Agentur mehrere Einsatzorte, an denen sie optimale Zielgruppenkontakte herstellen kann. Dabei kommt die Roadshow sowohl für die Ansprache von Konsumenten als auch für die gewerblicher Kunden zum Einsatz. Darüber hinaus bieten Promotion Agenturen Tätigkeitsfelder wie das Merchandising, Mystery Shopping, Hochschulwerbung, Leasing-Außendienst, Tele-Sales, Verkaufstrainings und so weiter. An Serviceleistungen können sie von Promotion Agenturen in der Regel folgende erwarten. Ziel des Beratungsangebotes einer Promotion Agentur ist, die effizienteste Maßnahme im Sinne des festgesetzten Zieles zu finden. Hierfür entwickelt sie Ideen und nennt Methoden, Alternativen und Preise. Obendrein kennt sie sich mit den einzelnen Handelstypen aus und weiß, was geht. Promotion Kampagnen erfordern ein präzises Projektmanagement. Material muss produziert und transportiert werden. Mitarbeiter sind einzuplanen, gegebenenfalls Genehmigungen einzuholen und Absprachen mit Händlern sind zu treffen. Promotion Agenturen halten hierfür Mitarbeiter vor, die den direkten Kundenkontakt, die Koordination aller Beteiligter, die Zeit- und Kostenerfassung, die Terminüberwachung und die Sicherung und Verwaltung von Belegen und Datenleisten. Die Umsetzung von Promotion Maßnahmen bedarf häufig des Einsatzes spezieller Werbemittel in Form von Displays oder digitaler Verkaufshilfen. Der Entwurf und die Gestaltung fällt in den Zuständigkeitsbereich der Promotion Agentur. Das Personal Leasing zählt zu den Kernkompetenzen von Promotion Agenturen. Die Qualität der Mitarbeiter definiert die Qualität der Agentur. Die Auswahl des Personals, deren Schulung und Ausstattung sind wesentliche Pfeiler des Promotion Erfolges. Ebenso die systematische Kontrolle der Ausführung. Einige Promotion Agenturen bieten außerdem Produktionsüberwachung, Rackjobbing und weitere Dienstleistungen. Hier noch einmal die Promotion Agentur im Überblick. Für detaillierte Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Hier meine Kontaktdaten. Wenn Sie an dem Prozess der Agentursuche interessiert sind, so erfahren Sie darüber mehr in meinem Leitfaden Agenturscreening. Sie können ihn kostenlos downloaden. Den Link dazu finden Sie in dem Beschreibungstext dieses Videos.